In der Diskussion über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht hat die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högl Sachlichkeit angemahnt. Die SPD-Politikerin würde es begrüßen, wenn eine Diskussion über konkrete Konzepte Fahrt aufnehme. Es müsse dabei über einen allgemeinen Dienst in Bundeswehr und Zivilorganisationen gesprochen werden. Das Ziel von 203.000 Soldaten bis zum Jahr 2030 sei nicht zu erreichen, wenn bei der Personalgewinnung alles so bleibe wie bisher, erklärte Högl. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017